Ihr erinnert euch, ja, ich habe ein Video gezeigt von OE24, ein österreichisches Boulevardmagazin, das sich auch auf YouTube herumtreibt. Und die hatten da ein Video veröffentlicht unter dem Titel Tiroler Impfgegner hält Rede. Und das habe ich ein bisschen, das habe ich so reingespielt. Das war eigentlich dann ganz amüsant, das Ganze sich anzuschauen. Und ich habe dann einen kleinen Ausschnitt, also ich habe das dann als Ausschnitt gecuttet und das habe ich halt heute dann auf YouTube hochgeladen, ein Thumbnail gemacht und werde ich dann die nächsten Tage freischalten. Und dann, wie ich das so gemacht habe, habe ich für Thumbnail, genau, ich wusste ja nicht mal, wer der Typ ist. Wer dieser komische Typ ist, wir schauen jetzt noch, wir schauen mal rein. Wir sind das Volk, heißt das Video. Tiroler Impfgegner hält Rede auf Demo. Wir sind das Volk! So, da ist er. Er heizt das Publikum ein. Wir haben uns das eh schon genauer angeschaut, alles. Er heizt das Publikum ein und dann erzählt er ja, dann sagt er, na, schnick, schnack, schnuck. Er ist ja, er sagt, wir sind das Volk, dann stellt sich raus, er ist ja gar kein Österreicher, er ist Südtiroler, er ist Italiener und kommt nach Wien. Er ist Italiener, kommt nach Österreich und nach Wien, hetzt unsere Bevölkerung auf, finde ich gar nicht okay, ja, wenn Ausländer sowas machen. Aber das haben wir eh alles schon kommentiert. Schauen wir aber trotzdem mal rein, wie er so redet. Wir sind keine Löwen, wir sind Wölfe. Der redet! Wölfe! Oder habt ihr schon ein... Geh, komm, sag das Gedicht. ...denkranken! Weißt du, ein Italiener kommt nach Wien und erklärt uns, wir werden von Geisteskranken regiert, gell? Komm, sag dein Gedicht! Sag es jetzt! Er hat nämlich ein Gedicht, er hat ein Gedicht gebraucht. Und das werde ich nun vortragen. Und ich habe ja eigentlich gedacht, der ist Dichter, ja, aber jetzt stellt sich raus, der ist Rapper. Aber dazu kommen wir noch. Hören wir kurz mal ins Gedicht rein. Der ist, der ist eigentlich gar kein Dichter, kein Demo-Dichter, er ist Rapper. Ihr hört uns nicht zu, wie es uns geht? Danke, gut. Okay, auch wir haben uns Sorgen gemacht, schlaflose Nächte, mit offenen Augen verbracht. Ist das alles normal? Wer hat sich das nicht gefragt? Doch wir sind die Wölfe. Auf in die Schlacht! So ein bescheuertes Gedicht, das ist unglaublich, ja. Ach Gott. Na gut. Gut, und ich denke mir so, ich habe mir gedacht, das ist halt wahrscheinlich irgendein Messdiener, ja, der verheiratet ist und den ein bisschen langweilig ist zu Hause. Und dann geht er halt jetzt demonstrieren als Demo-Anheizer, ja. Ich hätte es auch geglaubt, ja, Schatz, wenn mir wer erzählt hätte, ja, dass der als Gaylord in einem BDSM-Schuppen arbeitet und dreimal die Woche Workshops gibt, Feasting-Workshop, hätte ich es auch geglaubt, ja. Aber nur hätte ich dann nicht gedacht, die Leute sind normalerweise cooler und die gehen dann nicht als Starredner auf solche Corona-Demos. Gut, aber er kann kein Gaylord sein, weil er ist schon mal aufgefallen mit einem Lipton und das war doch ein bisschen homophob. Und ich habe mir gedacht, mir zieht es die Schuhe aus, ja. Ich wollte einfach nur ein Bild von dem Typen für mein Thumbnail finden und dann bin ich herein in das Rabbit Hole, in das Rabbit Hole von, wie heißt er schnell? Ach Gott, wo ist es? Jürgen Wirt-Anderlan. Nach schwulem feindlichen Rap, Chef der Südtiroler Schützen tritt zurück. Da bitte, hier, jetzt ist es offiziell. Es war nicht nur von mir laut gemutmaßt. Nein, es ist tatsächlich so. Wir haben es hier mit einem Italiener zu tun. In Tirol sagt man zu den Italienern ganz gerne Katzelfresser. Ich weiß nicht warum, aber sie sagen es. Und wir haben es hier einfach mit einem Italiener zu tun, mit einem Südtiroler, der herumstenkert. Und er stenkert schon länger herum. Er hat nämlich ein Lied gemacht mit dem Titel Mama Tirol. Und damals war er Vorsitzender des Südtiroler Schützenbundes. Die Aufgabe des Südtiroler Schützenbundes ist die Erhaltung der Heimat, die Traditionspflege und der Väterglaube am Herzen liegen. Wie es auf seiner Homepage heißt. Doch gehören dazu auch Rassismus, Schwulen- und Frauenfeindlichkeit? Ein Rap-Video des Südtiroler Landesschützenkommandanten Jürgen Witt-Anderland sorgte nicht nur südlich des Brenners für Aufregung und Verwunderung, sondern auch für Konsequenzen. Sie werden immer mehr, diese Heimatverräter, nicht mal Respekt vor ihren eigenen Vätern. Sie kennen nicht den Ander, dafür die Kreter. Im Park vor meinem Haus liebt der Dieter den Peter. Später rappte der 49 Jahre alte Wirt Anderland in seinem Mama Tirol Video mit einem Glas Lagrein-Riserva in einem tiefen, dunklen Keller. Später heißt es dann, coolnessmäßig platzt das Land aus allen Nähten, aber wo sind die Typen, die unsere Werte noch vertreten? Migrantenstudenten und viele Propheten vergessen ihre Wurzeln und retten Planeten. Das Video wurde zu Silvester auf der Webseite des Schützenbundes veröffentlicht. Auf YouTube erreichte es schnell 50.000 Views, bevor es wegen Verletzung von Persönlichkeitsrechten gesperrt wurde. Okay, wäre interessant, wer da persönlich verletzt wurde. Oder wessen Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Doch schon bald sorgten die Zeilen auch im eigenen Verband für Unbehagen. Über den Stil kann man sicher diskutieren, aber ich maße mir nicht an, mich über meinen Nachfolger zu äußern, gab sich Anderlands Vorgänger Elmar Thaler gegenüber der Tiroler Tageszeitung betont zurückhaltend. Deutlichere Worte kamen da schon von Thomas Sauer, dem Landesschützenkommandanten für das Bundesland Tirol. Er distanziert sich von dem Video seines Südtiroler Kollegen. Es sei nicht seine Art der Verständigung. Er setze auf Dialog und Einbindung. Problematisch sei für ihn, dass die nicht zu vertretenen Inhalte auch auf die Schützen in Nord- und Osttirol reflektieren würden. Der Südtiroler Schützenbund hat sich mit seinem Kommandanten ins Abseits gestellt, meinte auch der ÖVP-Abgeordnete Hermann Gahr, der dem Südtiroler Ausschuss des Nationalrats vorsteht. Anderlands Vorgangsweise war weder Stil, noch ist er der Schützenwürdig, so der Politiker. Mittlerweile ist das Video auch von der Schützenbund-Homepage gelöst worden. Wirt Anderland hat sich entschuldigt. Es tut mir leid, wenn das Video missverstanden worden ist, betonte er noch am Mittwoch. Rassismus, Freionfänglichkeit bzw. Homophobie waren nie mein Ansinnen bei der Erstellung dieses Werks und entsprechen nicht meiner Einstellung. So richtig distanzieren wollte er sich von seinem Werk, das er in einer ehrenamtlichen Privatinitiative geschaffen hatte, zunächst nicht. Jeder, der ein liest, wird erkennen, dass er nicht von dem abweicht, was ich seit meinem Amtsantritt an anderer Stelle gesagt habe, betonte Wirt Anderland. Doch am Freitag musste der 49-Jährige, der sich gerne als Südtiroler Easy Rider inszeniert, die Konsequenzen für seinen Rap tragen. Er trat nach eingehender Diskussion von seinem Amt als Südtiroler Landesschützenkommandant zurück. Oje, so sad. Dann habe ich versucht, dieses Video zu finden. Ich habe versucht und versucht und ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, ist den Text, den Liedtext dazu habe ich gefunden. Aber vorher schauen wir uns an, ich habe ja gesagt, Italiener werden aus Tirol aus gerne Katzlmacher beschimpft. Schauen wir mal, was das heißt. Es ist eine abschätzige Bezeichnung für Gastarbeiter. Okay. Das Wort Katzlmachen leitet sich wohl aus dem lateinischen Katinus, Althochdeutsch, und bedeutet ursprünglich Kesselmacher. Das hat mit Katzen gar nichts zu tun, sondern das kommt von Kessel. Okay. Und seit dem Ersten Weltkrieg wird es als negative Konnotation für Italiener verbreitet. Und später ging es allgemein auf Südländer übrig. Also hat schon, würde ich sagen, hat schon ein bisschen eine rassistische Note das Ganze. Und jetzt schauen wir uns an, was, da ist er wieder, Ehrenwert, ja, stabiler Dudarino, der Südtiroler Easy Rider, wie er sich selber sieht, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, der hat bei dem Film nicht aufgepasst, Easy Rider. Sag du, Jürgen Wirt-Anderland, hast du dir den Film genau angeschaut, Easy Rider? Hast du das? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht, lieber Jürgen Wirt-Anderland. Ich glaube nicht, dass du dir den Film tatsächlich angeschaut hast. Stellungnahme zum Video Mama Tirol. Es tut ihm leid, wenn das Video missverstanden worden ist, schreibt Jürgen Wirt-Anderland in seiner Aussendung. Als Beweis, hier führt der Text zum Nachlesen. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht und das werde ich auch jetzt vorlesen. Die Tiroler Luft, die Tiroler Luft ist im Vergleich, die Tiroler Luft im Vergleich zu anderen Ländern leckerer Geschmack sogar im November. An der rechten Hand unsere weiß-roten Bänder. Wir sind die, die Unrechtsbeänder. Ich würde sehr gern mit Beats hören, das Lied, aber ich finde es leider nicht. Früher hatten in Tirol die Menschen noch Vision, heute leben wir im Süden in der falschen Nation, umgeben von Lügnern und meinen Nachbarn Spion und ich mittendrin, der Teichekollion. Also er sieht sich eigentlich als Deutscher. Er sieht sich gar nicht nur als Südtiroler, er sieht sich als Deutscher. Wundert mich dann nicht, dass er aufmarschiert mitten mit dem Herbert Kickl. Wundert mich gar nicht. Sie werden immer mehr diese Heimatverräter, nicht einmal Respekt vor ihren eigenen Vätern. Sie kennen nicht den anderen, dafür die Greta. Im Park vor meinem Haus liebt der Dieter den Peter. Die Heimatverräter, sie kennen nicht, sie haben keinen Respekt vor den eigenen Vätern. Sie kennen den anderen nicht, aber sie kennen die Greta. Das stört ihn und das macht sie zu Heimatverräter. Stabiler Mann, genau so jemanden wünscht man sich als Kämpfer gegen die Diktatur. DNA des SSB, die DNA des SSB, ja manchmal tut's gut und manchmal tut's weh. Hey Mama Tirol, Marc Sepp und Jasmin, der Glaube an die Freiheit ist unser Benzin. DNA des SSB. Wir sind nicht die Hetzer oder rechten Rassisten. Wir sind nicht intim mit linken Populisten. Wir hassen sie alle, die Neofaschisten. Wir sind Tiroler, Demokraten und Christen. Wir lieben unsere Heimat, wer kann das nicht verstehen. Stolz und Respekt, wo liegt das Problem? Zu Hause nur rumliegen und einfach wegsehen. Es braucht auch die Menschen, die vorauf gehen. Uiuiuiuiui. Ja, der Text klingt, als könnte er vom Freiwild stammen. Ich bin ja gegenüber Freiwild. Ich hab da jetzt nicht so die totalen Abneigungen wie gegenüber diesem Typen da, ja. Das ist schon vom Text her ein bisschen anders auch als Freiwild. Dem einen oder anderen sind wir unbequem. Die Fresse halten, es gibt kein Problem. Sie passen sich an, an diesem maroden System. Die Brieftasche ist voll und meine Frau ist schön. Coolness mäßig platzt das Land aus allen Nähten, aber wo sind die Typen, die unsere Werte noch vertreten? Migranten, Studenten und viele Propheten vergessen ihre Wurzeln und retten Planeten. Besser natürlich Werte vertreten, als den Planeten zu retten, ja. Weil, wenn der Planet kaputt ist, dann leben wir halt einfach auf den Werten. Beste Idee, die der Typ ever hatte. Dann bauen wir uns eine Erde, auf der wir Menschen überleben und die bauen wir uns aus unseren Werten. 100 Jahre ein Kampf für unsere Kultur, 100 Jahre verteidigt unsere deutsche Struktur, 100 Jahre behandelt wie eine billige Hur. Und trotzdem stehen wir da und singen auf zum Schwur, mit dem Mut und dem Willen sich nie zu ergeben. Es ist das Versprechen mit Haltung zu leben. Es braucht auch Taten, nicht nur schöne Reden. Wir werden es schaffen, mit Gottes Segen. So ein komischer Typ. So, und jetzt schauen wir noch mal kurz. Wir finden von ihm was auf YouTube, ja. Aber wir finden nicht das eine Lied von ihm. Leider. Dieses Lied gibt es leider nicht. Mama Tirol ist verschollen. Ist er euch aufgefallen? Bei dem Lied. Wow, 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 wow. Was ist da jetzt los? Hallo? Ja, hoi, da bin ich. Puh, das war schon YouTube. Ach, der hat da gleich so ein Lied als Kanaltrailer. Das schauen wir uns an. So. Schauen wir uns an. Den wird Anderlan, was er so fabriziert. Ist das jetzt der Kanton oder was? Oh, was ist denn jetzt? Vorher war doch der Ton da. Oh, 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 oh. So, aber jetzt komm, mit Ton. Jetzt mit Ton. Jetzt. Wird Anderlan. Komm, zeig uns den Rap. Jetzt schauen wir mal, wie er rappt. Schauen wir mal, wie er rappt, ja? Ja. 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 Hallo. Ja, hoi, da bin ich. Entschuldigung, wer spricht? Ja, ich bin's, die Mama. Welche Mama? Ja, die Mama Tirol. Oh, mein Gott. Ihr Lama gewählt wissen, was du alles ich tust, du Fatser. In der Friere steh ich auf und lass die Hennen raus. 120 Kockerlern, das zahlt sich aus. Ich trink dazu laktosefreie Ziegenmilch. Du eine Anschlussklapper, dass es besser riecht. Ich bin jetzt mit der Superkotz der Uli zum. Ich mein, schau, der erzählt uns von Werten und ich mein, Alter, ich glaub, die hätten dir vor 100 Jahren in Tirol die Hand abgehackt, wenn du so auf die Alm gegangen wärst, ja? Und dann erzählt, der glaubt, der ist ein Easy Rider Rockstar, der da jetzt von Südtirol aus die große Weltrevolution anstarten kann. Das ist echt einfach nur mehr so grotesk alles, oder? Das ist doch einfach nicht normal. Wo? Ich würd das feiern, ja, wenn du solche Videos machst, ja, mit ein bisschen einem anderen Text und nicht auf so komische Corona-Demos gehst und Gedichte über aufgewachte Wölfe hältst. Das ist peinlich, Buma. Okay, jetzt schauen wir mal. Das könnte sein, dass wir es da einfach mit einer Midlife-Crisis zu tun haben. 31.03.2021 2021 beigetreten. Das könnte tatsächlich sein, dass wir es da einfach mit einer fleischgewordenen Midlife-Crisis zu tun haben. Ja, Johann Berger, Fazit. Irgendwie haben sie halt alle, einer mehr, der andere weniger, einen festen Clasher. Punkt! Eichenbaum-Hirte, du kriegst die Hafe. Aber das eine Lied noch, ja, kurz reinhören. Halt, stopp, so, nicht, nicht mit unseren Kindern, da gibt es kein Dempflicht. Ich will euch lachen sehen, dass ihr auf Bergen steht, bei Sonnenaufgang, kurz mal tanzen geht und euer Leben lebt. Okay, ja. Gut, wir haben es verstanden. Du bist traurig. Du bist traurig. Da in dem Text, der Text wurde veröffentlicht von 2020 auf 2021. Da haben wir aber noch nichts von Corona-Widerstand. Also so richtig die Ketten ausgehängt hat es ihm dann wahrscheinlich erst, nachdem er zurücktreten musste vom Schützenbund. Und der Anderlen, der Tiroler Volks, der Neu-Tiroler Volks hält. Jürgen Wirth Anderlan, auch bekannt als Demo-Poet, auch bekannt als reppender Südtiroler, auch bekannt als Italiener, der sich ausgibt als Österreicher, auch bekannt als Italiener, der nach Wien kommt auf Corona-Demos, um da ein bisschen herumzustänkern. Jürgen Wirth Anderlan, naja gut, habe die Ehre, das ist erledigt. Aus dem Kopf raus, so, vergessen. Ach, ich bin so glücklich mit dem Jahr 2022 und 2021. Wir haben die beste Zeit, die allerbeste Zeit unserer Weltzeit haben wir. Juhu! 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 Untertitelung. BR 2018